Wie lange sind Sie schon tot? Er spürt das echte Leben. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Le Stade de Leoncourt. Nach dem Tod. Sei mein Gefährte, Louis. Ist er der Teufel, der unwiderstehlich ist? Ich habe aufgehört zu töten. Du bist ein Killer, Louis! Das ist doch kein Leben! Du hast es ja gestohlen, mein Leben! Interview with a Vampire Jederzeit streamen in der Kanal Plus App.